Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Petitionsausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber es trifft den Punkt schon ganz gut, dass diese Anhörung um kurz nach 12 beginnt. Ich könnte diese Rede recht knapp halten, indem ich eine einfache Frage stelle. Wenn große europäische Staaten wie Frankreich und Großbritannien einen Climate Emergency ausrufen und sich dem schließlich die Europäische Union, geführt von einer deutschen Kommissionspräsidentin, anschließt, wo bleibt dann das Land, das noch vor wenigen Jahren Vorreiter in der globalen Klimapolitik sein wollte? Was ist passiert, dass sich dieses Land einem solchen Signal des Aufbruchs bisher entzieht? Aber die Dinge sind komplex. Denn wenn wir heute miteinander sprechen, dann geht es um uns alle. Es geht um uns, die Generation, die seit über einem Jahr auf den Straßen in der ganzen Welt demonstriert. Es geht aber auch um die Generation unserer Eltern und Großeltern, vor allem aber um all jene, die nach uns kommen werden. Denn die großen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, Demokratie, ein vereintes Europa, Meinungsfreiheit, Wohlstand, Technologie, Gesundheit. Was wird das alles wert sein, wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Grundlagen unserer Existenz zu sichern? Denn die Welt, in die wir einst hineingeboren wurden, die uns vererbt wurde, eine Welt, die gestern noch heil und voller vermeintlich unerschöpflicher Ressourcen erschien, diese Welt, sie bröckelt, sie zerfällt, sie steht in Flammen. Und damit auch die Zukunft, in der wir dachten, leben zu dürfen. Und damit auch die Welt, die wir dachten,